Portobellos Kampagne Zusammenfassung Hallo mein Freund, ich hoffe ihr seid bereit für Portobellos Kampagne Rechnet damit, bei diesem großartigen Abenteuer seltsame Charaktere zu treffen und tödliche Herausforderungen meistern zu nutzen Wenn ihr bereit seid, sprecht mit Flabbergast beim Gasthaus Erdloch Dämmerung So ein Imbisspaket gibt es Verwendet den Gasthaus Erdloch Dämmerung Tisch in der Kontextanklage, um zum Gasthaus Erdloch Dämmerung zu reisen Okay, annehmen So, ich möchte das Gasthaus besuchen Ich hoffe eure nächste Wunde Ah, oh, ah Ich bin bereit Jetzt bin ich mal gespannt Jetzt bin ich mal gespannt Gasthaus Erdloch Dämmerung Ein riesiger Purpurwurm scheint aus dem Boden der Höhle hervorgebrochen zu sein Glücklicherweise ist die Kreatur bereits tot Und Tiefengnome Zwirf Neblin haben den Wurm in ein Gasthaus umgewandelt Sein klaffendes Maul stellt den Eingang dar An dem sich ein Schild mit der Aufschrift Das Gasthaus Erdloch Dämmerung befindet Neben dem Gasthaus seht ihr einen schmächtigen menschlichen Magier mit seinem Vertrauten einer Katze Okay Nice, hey Minsk Drist Lala Oh, ich bin wieder überladen hier, ne? Oh, was mache ich nur mit all dem Zeug? Ich bin echt ein bisschen gerade Ein bisschen sehr überladen Na gut Sei es drum Mit göttlichem Wissen ist unser Pfad Praktikant der Fallenprüfer Sprechen wir mal mit ihm Um bewertet zu werden, müsst ihr Abenteuer bestehen Wie wäre es beispielsweise mit dem Abenteuer Fallenprüfung? Alle Abenteuer, Teurer, die mindestens Stufe 6 erreicht haben, können an meinem Spiel teilnehmen Ihr könnt euch über das Wartelistenfenster für das Spiel anmelden Oder ich kann euch direkt in die Warteliste setzen Im Moment lieber nicht Das ist ja echt lustig Hey Oberprüfer Flabbergast Hey, wie geht's? Hallo Meister Ich bin es Flabbergast Mit meiner Katze Herr Snibbly Wie geil Bitte beachtet mich gar nicht Ich bin nur an meiner Eigenschaft als Bewerter für die Dran Unternehmensgruppe vor Ort Ah ja, okay Du wirst also nur zugucken Die Katze ist so geil Stellt euch vor Wie kann ich das Gasthaus verlassen? Nein, hier Hallo Meister Ich bin es, Flabbergast Mit meiner Katze Herr Snibbly Ihr müsst wissen Die Dran Unternehmensgruppe ist immer auf der Suche nach talentierten jungen Abenteurern Um jedoch sicher zu gehen, dass wir nur die Besten und Klügsten einstellen, müssen Bewerber sich einer Bewertung unterziehen Und da komme ich ins Spiel Keine Sorge Ihr werdet mich kaum bemerken Macht bitte weiter Äh, nun gut Wir sprechen uns später Flabbergast Und Herr Snibbly Äh, bis später Sehr schön Oh, gefällt mir Also Respekt Ähm, Krippig macht sich Also, eine Zeit lang war Hatte man ja so das Gefühl, dass Man sich um dieses Spiel überhaupt nicht mehr kümmert Äh, uah Das ist Säure Das ist ja Link Aber momentan, was so rauskommt, ist eigentlich immer sehr lustig Um mal zu Ende zu sprechen, was ich eigentlich sagen wollte, ne Ich gucke mir einfach mal das Gebiet ein bisschen an hier, ne Nicht, dass hier noch irgendwelche versteckten Sachen sind Ja, Säure, Säure So, was bist du Wettlaufkoordinator Duellbewährter Duellbewährter Schlachtgewährter Keine Ahnung, was das alles ist, aber ich find's Hochinteressant so im ersten Moment Oh, hallo Defreiter Drenerbi Das sind alles Defreite Okay Oh, was bist du denn? Daniel Erzähl doch mal Hallo, mein Freund Was führt euch in diesen Teil des Unterreichs? Äh Wir wurden von einem gewissen Portobello hierher gesandt Wer seid denn? Warum seid ihr hier? Mein Name ist Daniel Ich bin hierher geflohen Um dem Wahnsinn, der aus dem Abgrund ringt Und sich im Unterreich verbreitet, zu entkommen Obwohl ich befürchte, dass selbst dieser Ort nicht sicher ist Außerdem möchte ich meine Swirfneblin Untertanen nicht zurücklassen Ach, sie sind zu putzig und loyal Und das von einer drinnen Was hat es mit diesen Gnomen auf sich? Warum verehren sie euch? In meiner derzeitigen Gestalt konnte ich sie davon überzeugen, dass ich Lolf die Spinnenkönigin wäre Da Lolf von den Drow verehrt wird Wollten sie sich so Drowartig wie möglich machen, um mir gefällig zu sein Wie ich schon sagte Sie sind sehr loyal und putzig Es war mir ein Vergnügen, euch kennenzulernen Möget ihr dem Wahnsinn der Dämonen mit heilem Verstand entrinnen Na gut, dann noch viel Glück mit den ganzen Swirfneblins Daniel, unglaublich Gut Wir sollten hier irgendwas machen jetzt langsam, ne? Also Es gibt hier wahrscheinlich sehr viel zu machen Reihen wir uns mal in irgendwas ein Na gut Wir können nur Fallen prüfen Dann machen wir halt Fallenprüfung So Zack Annehmen Auf in die Fallenprüfung Server antwortet nicht Böser Server Böser, böser Server Na Kriegen wir es hin? Äh Höhnen und Sack Was flackerte da so? Diese Prüfung könnte euch überfordern Es ist aber dennoch notwendig Dass wir eure Fallenkunde prüfen Gerüchten zufolge sollen sie hier in der Nähe Drau herumtreiben Seid also besonders vorsichtig Viel Glück Okay Woraufhin Flabbergast und Herr Snipply auf sichere Distanz zurückweichen Na gut Also ein paar sind da bereits am rumlaufen Naja Ich kam ja wahrscheinlich sehr spät rein Was ich jetzt doof finde, aber okay Au Fixiert Ich muss sagen Gefällt mir Aus der Dunkelheit Poltert der größte Dodica-Eder Den ihr jemals gesehen habt An seinen Seiten Wurde What? What? Indiana Jones Das grüßen Wow Wow Okay Es kommt immer wieder neue Zu wissen Ich kriege immer Müssen Wenn ich grinsen muss Also der macht einen platt mal kurz ne Wenn man nicht aufpasst Oh Find ich cool Also Respekt cryptic Da hast du dir echt was einfallen lassen Das ist wirklich mal was anderes Sich immer irgendwie 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 Sachen sammeln Oder X-Monster töten Ich finde das echt lustig Dann steigt den Schatten Ihr werdet exklusiver Runen gewahr Die im Umkreis der Kreatur an den Boden geritzt wurden Die drinnen Meidet sie mit großer Vorsicht Dann sollten wir die auch meiden Ne? Okay Hat mich auch Verlebt Oh Die sind drinnen Er hat aber echt Die hat Hitpoints Die sind drinnen Die hat verdammt viele Hitpoints Ruminante drinnen Und die drinnen ist besiegt Aber ich glaube Ich glaube man soll sie gar nicht so wirklich bekämpfen Wahrscheinlich soll man irgendwas benutzen Irgendwas benutzen was Was in dem Raum ist Vielleicht doch irgendwas mit diesen Runen Denn plötzlich ging es ganz schnell mit ihr Also da ist ein dicker großer Beholder Schwere Ketten halten einen Betrachter am Boden gefangen Der Betrachter versucht sich zu befreien Und die Ketten machen nicht den Eindruck Als könnten sie ihn noch viel länger festhalten Mhm Okay Ketten verstärken oder sowas Ich sehe euch Du siehst uns ja Die Augen des Betrachters weiten sich vor Schock und Entsetzen Als sein Leben auf plötzliche und unerwartete Weise endete Ein Schimpfwörter spruten aus seinem Mund Als er auf den Höhlenboden aufschlägt Beim Verlassen der Höhlen Sagt Flabbergast Boah, wo gut gemacht Wenn ich hätte wetten müssen Hätte ich nicht auf euer Überleben gesetzt Na gut Wahrscheinlich hat man einfach nur ein bisschen Zeit Am Anfang Um ihn zu besiegen Und wenn man die Zeit Zu sehr vertrödelt Ups Ui Die ganzen Kettenglieder Wenn man die Zeit vertrödelt Dann geht es richtig los Dann wird er böse Nehm ich hier noch irgendwas? Na gut Haben die ihn also platt gemacht So, was gibt es als Belohnung? Als Belohnung gibt es Abenteurerakkreditierung Und Kristallwürfel Sehr schön Imbisspakete Und Verzauberungen Und so weiter und so fort So, und Raus hier Belohnung abholen Ah, gleich holen wir uns die Belohnung ab So, da sind wir wieder zurück Im Gasthaus Einmal kurz in die Kampagnen geschaut So, wir haben die erste Akkreditierung bekommen Naja, bis 400 ist der Weg noch weit Würde ich mal sagen Aber Ähm, egal So, was wollte ich noch gucken? Ich wollte, glaube ich, hier noch was gucken Ähm, Hexenhaar Köstlichkeiten Brutale und wilde Verzauberung Ja, hm Irgendwas wollte ich noch gucken Und mir fällt es jetzt gerade nicht ein Was könnte es gewesen sein? Na, was es auch immer war War wohl nicht so wichtig Okay Also, das, ähm War dann das Gasthaus Beziehungsweise die erste Quest im Gasthaus Ähm Fallenprüfung Was kommt dann? Handwerkerprüfung Erst ab der zweiten Woche Ah Mit jeder Woche wird dann eine Prüfung frei Ah Dritte Woche Vierte Woche Also in der ersten Woche gibt es hier Fallenprüfung Alles klar Die werde ich ein paar Mal machen Um Akkreditierung zu sammeln Und, naja Dann wollen wir mal gucken Wie es dann weitergeht Ja Ich bedanke euch mal fürs Zuschauen mal wieder Und sage Bis bald Und Und Untertitelung des ZDF, 2020